Hol dir das Abo bei deinem TV-A-Büter. Es ist das 1 zu 0 gegen Ambrie. Hügli steht damit schon bei zwölf Saisontoren. Und hier haben wir die Entstehung. Zuerst der Pass von Forst auf Rayala. Dann eine 2 gegen 0 Möglichkeit. Rayala scheitert, aber Hügli steht richtig, um dann im zweiten Anzug. Auch das nötig sein, was Luka Cereda vor dem Spiel gefordert hat. Mehr Entschlossenheit. Es braucht jetzt dann allmählich ein Tor. Und es kommt nicht ein Ambrie-Tor, sondern eines von Biel zum 2 zu 0. Nach gerade einmal 8 Sekunden im dritten Drittel erzielt Tony Rayala das 2 zu 0. Ciaccio bezwungen. Rayala zieht ab. Und wir wissen, der hat einen super Hammer. Und hier ist Ciaccio machtlos. Die Scheibe kommt auch auf einer sehr schwierigen Höhe. Etwas höher als der Beinschoner, aber noch etwas weiter unten. Der ACB kontrolliert geschickt das Geschehen momentan. Rad gibt. Dann verspringt Brunner. Die Scheibe, aber dann ist sie doch noch drin. 3-0. In Spielminute 54 erhöht der EHC Biel auf 3 zu 0. Mike Künzle realisiert sein 10. Saisontor. Nach einer Pause gibt er heute sein Comeback. Und das mit einem Tor. Brunner scheitert. Dafür ist dann Künz. Moisnein mitspielen. Da. Tor. 4-0. Künzle. Doppeltorschützer. Mike Künzle erzieht heute Nachmittag nicht nur das 3 zu 0, sondern jetzt auch das 4 zu 0. Und damit gibt es keine Zweifel mehr, wer diese Partie gewinnt. Kunti mit einem genialen Pass. Künzle ganz alleine geht vergessen im Rücken. Dambri hinter Mannschaft. Die Scheiben.